Juhu und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von, wie heißt das Ding nochmal, habe ich schon wieder vergessen. UHD, Ultra Hardcore. Nein, das hat ne, ja genau, mein Crack, genau. Mein Crack. Ich hab echt den Durchblick. Kannst hier meine Faggel hinsetzen, ich hab Angst. Äh, komm mal runter, hier ist hell. Wo bist du denn? Äh, runtergelaufen. Also, quasi einfach. Hey, in nem Fake-Gang oder was? Bin ich längst abgewogen. Ach, was bist du denn für ein Faker? Ich bin überhaupt kein Fake-Gang, du bist Fake-Gang. Das wäre übrigens voll der Lob, weil Faker ist der böerste LoL-Spieler der Welt. Ah, naja, ich spiel keinen LoL. Also fast, nee. Ich bin echt zu trash, ja. Fast gar nichts mehr. Zu busy leben. Schon. Ich muss healthy kochen. Ich muss Crush-Crush spielen. Crush-Crush ist literally wirklich das einzige Spiel, was ich einfach mal zwischendurch spielen kann. Es ist wundervoll. Overwatch auch, das ist super toll, ich liebe es. Äh, ne, da würd ich glaub ich lieber noch COD spielen oder so. Hätt ich echt mehr Bock drauf. Näääääähäähäähääh, du weißt doch gar nicht, ich hab Overwatch schon gespielt. Hilf doch. Doch, ich hab Overwatch schon gespielt. Hier und es liegt. Licht. Ah ja, stimmt auf der Geil... Oh Gott! Alles schlimm. Kann man doch runterfahren, in 3... Näh, näh, näh. Doch, kann man... Hab ich überlegt schon. Schleiße, Scheiße, Skeletts-B received. Lauf, 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 lauf! Ah ja, ich baue denen jetzt so ne Treppe. Voll gut! Hier ist es ne Treppe! Hä? Wo ist ne Treppe? Habt ihr gerade eine mit Kies gelegt? Vielleicht hab ich's nicht gerade eingeschlossen. Ich hab mich gerade eingebaut, damit das Skelett mich nicht bekommt. Wow. Ich hör das nicht, deswegen hab ich mich versteckt. Ihr habt ja aber ne Treppe gebaut, ich bin so nett. Ich seh den Sporn noch nicht. Egal, ich grab einfach woanders hin. Bye. Aber wir sind eigentlich gar nicht auf der Höhe. Gold? Gold? Also du musst hier... Gold! Gold, Gold. Ich hab auch Gold gefunden. Always believe in your soul. Ich hab auch keine Eisenhacke, also musst du hier hinkommen. Ja, oder du kommst einfach zu mir. Ich weiß aber nicht, wo du bist. Dann sperr deine Augen auf. Ah. Ist einer gestorben? What? Nee, als ob. Hä, nee. Was? Das ist doch Bobana. Oh, lol. Ich dachte, der gewinnt jetzt so easy. Hey, wir sind nicht das erste Team, das ausgeschrieben ist. Oder nee, ich warte einfach darauf, bis das Ganze... Nein, 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 tschüss. Hi. Sehr gut. Nee. Ich hab einfach wieder zugemacht. Nö, damit ist noch schön. Oh, ich seh das Skelett. Oh, Mutti. Okay, ich geh woanders rein. Mach einfach zu! Ja, hab ich schon. Das erinnert mich an Captain of Minecraft. Mach zu! Jonas, der Chirot. Ich mach Chirot. Ah fuck, Hilfe. Ich muss dir zu machen. Das war echt. Baust du dich eigentlich auf zu mir, oder? Nö. Nö. Herr Lissi. Ich strippe doch gerade. Ich hab keine Zeit für dich, wenn ich strippe. Du müsstest gleich hinterm Skelett rauskommen, by the way. Das war ungefähr genau da, wo du jetzt bist. Oh nein, mich ruft irgendjemand an. Ich wär ein Hack. Ich kann nicht. Also bei mir ging das dann. One for the money, two for the show. Two for the show. Für ihr was geil. Oh, let's go. Nee, bei mir ist das der Soundtrack von Scream. So ein Slasher aus... Von MTV. Oh nee. Oh geil. Aber das wär bei mir voll für'n ass. Nee, eigentlich wollte ich was anderes erzählen. Ich hab nämlich letztens... Das wär bei mir voll für'n ass. Wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Auf jeden Fall wurde ich letztens geweckt durch meinen Klingelton. Und das war echt super angenehm. Weil es auf höchster Lautstärke losgefetzt hat. Und dann so... One for the money, two for the show. Und ich war nur so am schlafen. Und dann so... Ich sterbe. Not ready for party yet. Okay. Das war echt der Tod. Oh man, es nervt mich vor, dass ich so viel Leben verloren hab. I hate it. Blöde. Ich mein, ich hab allein zwei Herzen verloren, weil ich runtergefallen bin und du mich geschlagen hast. Ach was du laberst. Oh nee, da ist keine Kohle. Ich hab Kohle noch. Ich... Ja jetzt ist da ja auch wieder Kohle. Alles gut. Jetzt schmeißt du mir erstmal Kohle entgegen. In die Fress. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hast du da unten das offen gelassen? Das sind fünf Skelette. Hä? Aber warum gehst du auch dahin? Ja, weil ich wissen wollte, was da unten ist. Ich dachte nicht, dass du denkst, dass wir uns Monster entgegenkommen. Ja, aber ich hatte die eben eine Treppe gebaut. Ich dachte, irgendwann kommst du wieder über den schönen Weg, den ich dir gebaut habe. Oh, da unten ist ein Skelettsbohner. Ich baue erstmal eine Treppe, damit die besser hochkommen. Genau. Also theoretisch könnte ich den goldenen Apfel auch gleich essen. Aber ich hab, wie gesagt, nicht die Hoffnung, dass ich die Rettung von unserem Team bin. Deswegen lass ich dir den mal, dass du den dann essen kannst. Hä, aber ist doch egal. Nee, ich bin jetzt voll dein Supporter. Ja, aber danach bist du dead. Und das ist voll dumm. Weil dann kann ich auch nichts mit dir anfangen. Okay, dann gib ich mir. Also wie viel Leben hast du jetzt so? Hä? Hä, was ist das denn? Guck mal, ich wechsle einfach die Hände. Wup, 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 wup. Hä, wie das denn? Mit F. Weil F ist bei mir sonst Auswerfen eigentlich. Aber ich glaub, ich hab da... Ah, cool, hab ich das jetzt gesagt. Ich hatte sonst immer F. Ist das merkwürdig. Moment, das ändere ich mal im... Voll blöde. Damit komm ich ja nicht klar. Komm doch mit mir strippen. Nein, ich strippe nicht. Warum nicht? Kein Stripper. Bisse blöde. Das bringt dir echt viel mehr Erfolg. Damit könnten wir verzaubern. Ah ja, stimmt. Das hab ich ganz vergessen. Es gibt ja auch noch Versionen, wo man das auch noch braucht. Oh Gott, ist das alles kompliziert geworden. Ich kling wie so ein Rentner, der sagt, Früher war alles besser. In der Minecraft Peter, da war es doch besser. Damals, als es noch nur Holz und Erde und Stein gab. Richtig. Wo meine Häuser aus Blut und Erde und Stein gemacht waren. Und weiß. Genau. Das war super. Ich hab mir mal das Lapis Lazuli. Okay. Hab's gesammelt. Fertig. Let's go. Bling. Das machen immer so coole Geräusche. Bling. Bling. Oh, ich hab ja den goldenen Apfel. Ich ess den jetzt einfach mal, oder? Do it. Steht da eigentlich auch, wenn wir uns einen goldenen Apfel machen? Oh, geil. Der hat dann aber auch noch so zwei Zusatzherzen, die zwei Minuten lang andauern. Jo, geil. Halt ihr denn alle Herzen? Wie war das? Nee, nur zwei. Ja gut. Dann ist ja okay. Ja, aber jetzt hab ich halt zwei Zusatzherzen, die ich umsonst gegeben habe. Ah, whatever. Vielleicht wird sie ja nochmal von Skeletten angegriffen. Ja, wär voll geil. Sehr optimistisch. Oh, da ist die Border, da ist die Border, da ist die Border, bye. Schnell wieder zugemacht. Dann geht die weg. Ja, dann komm zu mir. Ich hab eine Höhle, wo wir uns weitergraben können. Ja, aber wir können auch einfach hier weitergehen, oder? Nee, weil das ist auch voll nah an der Border. Das war doch ziemlich nah dran. Weiß ich nicht. Lass mal zusammenpacken. Hier ist eh scheiße. Hier ist eh scheiße. Warte, ich hab ja noch gar nicht alles. Du hast mir gar keine Schuhe gegeben. Willst du, dass ich erfriere? Wir haben kein Eisen übrig. Toll. Und du hast eben gesagt, wir haben super viel Eisen, klacken für die Spitzacke. Die haben wir aber nicht, du Lügner. Ah, das sind noch die Zusatzherzen. Aua, die hab ich grad wieder verloren. Wollen wir mal hier hoch? Ist hier was? Da hab ich nicht geguckt. Ich hab das mal sofort drüber aufgeregt. Liese, du hast da was aufgelassen. Und dann selber so ein riesen, unerkömmtes Rühl aufgelassen. Ist echt sooo. Schön. Amke, supergefährlich. Oh mein Gott, wir sind um die Ecke gegangen. Supergefährlich. Wow, das war so gefährlich. Oh mein Gott, das hat mir lebensgegeben, dieser Ausflug hier hoch. Warte, wir sind hier doch auf der Diamantenhöhe. Wir könnten auch einfach hier weitergehen dann so. Ja, wir kamen uns jetzt einfach so parallel. Und sterben in der Lava. Und sterben in der Lava. Wie so eine Telefonberaterin. Wie kann man möglichst schnell sterben? Schmeißen Sie sich in Lava. Genau. Danke, könnt ihr das bitte noch ein bisschen enthusiastischer sagen? Ich hab gleich echt keine Frage mehr. Okay, hier ist Eisen. Das ist schon mein Anfang. Hier ist auch Eisen. It's a beginning, I guess. Gib mir alles. Ich hab echt Sorge von der Border. Ich will eigentlich nur Leute bashen. Ich bin grad einfach nur so super blutdürstig. Ich will alle ausblumen lassen. Ja, wir sollten dann vielleicht noch mal gucken, wie man sich ein Schild macht. Es gibt Schilder? Ja. Trash! Oh Gott, ey. Das wird ja heiter. Aber ich kann immer noch PvP, obwohl ich's echt nie übe. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, das ist echt witzig. Es könnte ganz gut funktionieren. Die kommt dann immer so und basht alle tot. Null. Also ich weiß jetzt echt nicht, wie das in der Version ist. Aber es gibt Erfahrungen. Redstone ist super gut, um Erfahrungen zu sammeln. Bestimmt. Du benutzt jetzt aber nicht gerade die ganze Zeit die Eisenhacke, oder? Nee, nur für Redstone und sowas. Wie du das gerade gesagt hast. Du benutzt jetzt aber nicht gerade die Eisenhacke, oder? Ja. Ja. Bitch-Smiley von WhatsApp. Luli. Du hast letztens irgendwie geschrieben, dass es den auch in Männlich gibt. Den hab ich noch nie gesehen. Ja, super nice. Ja, weil den gibt's irgendwie nur bei WhatsApp auf Männlich. Okay. Also bei den neuen iOS-Smilies. WhatsApp ist ich speziell. Also auf iOS gibt's das schon, aber bei Android noch nicht. Ja, ich hab jetzt echt kein iOS mehr. Weg mit dem Bullshit. Ja, ich auch nicht. Hm. Doch, warte, auf meinem iPad. Hm. Das ist nur vorüber abgelässtet. Bullshit. Oh, warte, ich hab's auch nicht. Ähm, kannst du mir das Eisen geben, Schatze? Nee. Jetzt werf ich das so in den Tablet. Ciao! Brauch ich nicht. Ich hab die Workbench, glaub ich, stehen lassen. Ist das irgendwie? Nee, ich sammel sowas immer ein. Ja? Ich nicht, offensichtlich. Dann mach ich mir nämlich noch ein paar Spitzern. Cute. Kawaii. Okay, dann werd ich sagen, das wär's für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Dann schreibt gern was in die Kamis. Bye. Schön mit Öl. Bye, bye. Lo